Jetzt stehen wir hier im Plenarsaal des Deutschen Bundestages und der Plenarsaal ist komplett leer. Warum? Weil heute überhaupt keine Sitzung stattfindet. Aber auch wenn Sitzungen stattfinden, sind die Reihen oft dünn besetzt. Woran liegt das? Das liegt daran, dass die Hauptarbeit gar nicht hier im Deutschen Bundestag im Plenum stattfindet, sondern im Ausschuss. Und es sind dann bei den Debatten hier für die Öffentlichkeit eigentlich nur die Fachpolitiker anwesend. Was machen die anderen Abgeordneten derzeit? Die arbeiten. Das hat mal ein Bundestagspräsident treffend gesagt, der faule Abgeordnete sitzt die ganze Zeit im Plenum. Die anderen arbeiten in ihren Büros, in Besprechungen, die lesen, bearbeiten Post und dergleichen mehr.